so heute haben wir noch mal die insel erkundet und zwar mit einem mietwagen den haben wir uns heute mal geholt wird man nicht immer unser mobil abschalten abschalten einschalten abbauen müssen so luni hat so gut gefallen die bewacht jetzt unser neues auto so wir sind aber trotzdem wieder über 20.000 schritte gelaufen luni findet es ganz toll wir haben die insel wirklich toll erkundet und heute zum abend verwöhnen wir uns heute wird heute wird gegrillt ja ganz gemütlich hier bei uns naja aber nun gebühren an abstand die hat aber schon dürfen wir jetzt abendbrot essen hier noch mal ein schöner blick und dann noch ein blick mal so über den platz hier neben uns sind die zelte da hinten sieht da das waschhaus ganz hinten sind kleine hütten zum mieten hier sind wir und so terrassenförmig angelegt da hinten noch mal ein paar wohnwagen wohnmobile mit blick aufs meer